So, guten Morgen. Soll heute ein richtig heißer Tag werden und im Moment ist es noch angenehm. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. So, ich muss jetzt mal mit dem Auto in die Werkstatt. Fensterheber Marsch. Ganz toll. Mal schauen. So, die Sonne ist rum ums Eck. Jetzt kann man es hier auf dem Balkon wieder aushalten. Erstmal einen Feierabend, ein Bierchen trinken. Prost. Hey Leute, ich check gerade ab, wie mein TYPO3 Video Training so läuft und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Hier bei Amazon gibt es inzwischen schon 8, 5 Sterne Rezensionen. Das ist gar nicht schlecht. Ich fände es auch cool, wenn ein paar Käufer hier vielleicht noch ein paar Bewertungen oder Rezensionen abgeben würden. Entweder hier bei Amazon oder auch hier beim Rheinwerk Verlag, wenn man sich die Seite anschaut. Da gibt es hier unten auch so einen Bereich, wo man seine Meinung abgeben kann. Das müsst ihr einfach nur anklicken und dann kann man hier eine Bewertung abgeben. Ich fände es cool, wenn es ein paar machen würden. Würde mich echt freuen. Einfach ein bisschen Feedback. Ich versuche hier gerade kräftig abzunehmen und erste Erfolge sind schon da. So langsam passen mir meine zwei XL T-Shirts wieder. Ich versuche hierher zu spüren. Ich versuche hierher zu uns zuerst, wenn es ein paar Mal gibt. Vielen Dank.